Mit der großen Kälte ist es nun bald vorbei. Ab dem Wochenende erleben wir Polarluft auf Sparflamme und da wird es dann auch mal wieder tauen im Land. Aktuell haben wir es am Donnerstag in weiten Teilen von Osteuropa und auch in Skandinavien, zum Teil aber auch im Mittel- und sogar in Westeuropa, mit einer Schneedecke zu tun. Und da kann in den windschwachen, klaren Nächten natürlich weiterhin viel Kaltluft produziert werden. Wir sehen es aber, in Skandinavien ist es bei weitem nicht mehr so kalt wie in den vergangenen Tagen. Hier gab es einen Temperaturanstieg von beinahe 50 Grad. Die kalte Luft findet sich nur noch weit über Osteuropa ein. Und dann sehen wir auch am Strömungsfilm, dass die Strömung dann am Donnerstag zunehmend auf Nord dreht. Das heißt, die Luft kommt dann aus Skandinavien zu uns, womit es in der Höhe zwar abkühlt, bodennah wird diese kalte, eisige Luft aber verdrängt und somit wird es milder. Am Donnerstag haben wir es aber noch kalt, vor allem am Morgen im Osten und im Süden mit zum Teil zweistelligen Minusgraden. Im Norden halten sich weiterhin kompakte, hochnebelartige Wolken, auch zum Teil im Osten. Sonst geht es aber im Westen bereits hoch auf bis zu plus drei oder vier Grad bei viel Sonnenschein. Am Freitag streifen dann im Osten ein paar einzelne Schneeschauer. Im Großen und Ganzen bleibt es aber trocken, hier aber trüb, auch nach Westen zu etwas Sonne, nur im Süden hier aber weiterhin frostig. Ja, aber wir sehen es, es wird zunehmend ein wenig milder. Also dann am Wochenende Polarluft auf Sparflamme, so zu sagen. Denn die Tageshöchstweite, die steigen zwar weiter an. Am Samstag handelt es sich im Norden und Osten vornehmlich um Regen, sonst bleibt es überhaupt weitgehend trocken. Am Sonntag haben wir dann eine Kaltfront im Norden, sinkt die Schneefallgrenze wieder bis in tiefe Lagen. In der Mitte kann es glatt werden durch gefrierenden Regen und auch kommende Woche geht es unbeständig weiter. Die Temperaturen sind verhalten, es ist also weiterhin winterlich.